Huhu Leute, ich bin Flasho, willkommen zu meinem Guild Wars 2 Jumping Puzzle Guide zu 4 Sets Rache und 4 Sets Beute. Beide Jumping Puzzles bzw. beide Erfolge befinden sich an der gleichen Position oder ungefähr an der gleichen Position, darum werde ich euch hier in diesem Video auch beides zeigen. Alle wichtigen Informationen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Jumping Puzzle befindet sich ganz im Norden des Gebietes Harati Hinterland, ganz oben im Nordwesten. Die nächsten Wegpunkte wären hier entweder der Orientierungspunkt oder aber das Brückenwachtlager oder hier Weg Makaaka. Egal von wo ihr kommt, ihr müsst auf jeden Fall hier in diesen See und hier auf diese kleine Landzunge, die in den See hineinragt, an meine Position. Seid ihr hier an dieser Landzunge, können wir hier diesen Berg nach oben, um dann das Jumping Puzzle zu betreten. Ich empfehle übrigens für dieses Jumping Puzzle einen Geschwindigkeits-Buff-Skill, also einen Skill, der euch Eile gewährt. Viel mehr müsst ihr hier eigentlich sonst nicht beachten. Es gibt zwar einige Kämpfe, die ihr bestreiten müsst, aber die sind alle kein Problem. Das erste Rätsel hier ist, dieses Tor zu öffnen. Dazu gibt es hier diese Druckplatten, insgesamt drei Stück. Einer ist hier, die zweite Druckplatte ist hier oben versteckt und die dritte Druckplatte da oben an diesem Wasserfall. Dort müsst ihr diese Felsbrocken, die ihr hier im Wasser findet, müsst ihr auf diese Druckplatten drauflegen, damit sich dieses Tor hier öffnet. Jetzt ist es gerade vor mir zugegangen. Das ist eine Sache, die ganz wichtig dabei ist, denn diese Brocken teleportieren sich nach einer Zeit wieder automatisch von diesen Steinplatten runter. Das heißt, ihr müsst auch noch relativ schnell sein dabei, diese Steine auf diese Platten zu legen. Versucht nicht, diese Steine auf die Platten zu werfen, sondern legt sie weg mit der Taste, mit der ihr auch eure Waffen wechselt. Ich hatte jetzt Glück, vor mir war gerade ein anderer Spieler hier, der schon die Steine gelegt hatte. Also wenn ihr den Stein in der Hand habt, benutzt einfach eure Taste zum Waffenwechsel. Das ist standardmäßig die Taste unter Escape und dann legt ihr den Stein nämlich ab. Ich habe schon einige Spieler gesehen, die dann versucht haben, die Steine auf die Platten drauf zu schmeißen, aber das klappt natürlich überhaupt nicht. Damit trifft man einfach nicht. Und darum geht das, ist das der Trick halt mit dem Waffenwechsel-Skill. Da müsst ihr dann, wie gesagt, relativ schnell sein, damit nicht ein Spieler einmal die Steine auf die Platten legt und danach für immer alle Spieler einfach durch das Tor können, teleportieren die sich nach einer Zeit wieder weg. Und wenn ihr Pech habt, direkt, wenn ihr gerade den ersten Stein schon wieder gelegt habt. So, hier kommen wir jetzt zur ersten richtigen Schwierigkeit. Und zwar seht ihr schon, diese Steine hier sehen ziemlich locker aus und die brechen nach einer Zeit ein. Und hier ist dann auch direkt die Möglichkeit, das Achievement für Foursets Rache zu bekommen. Dazu müsst ihr hier auf die Steine laufen und euch einmal einbrechen lassen, sodass ihr runter in die Stacheln fallt und sterbt. Das ist zwar irgendwie ein bisschen blöd, aber dadurch bekommt ihr dann das Achievement Foursets Rache. Ich empfehle auch hier eure Rüstung auszuziehen, denn wenn ihr hier runter fallt und sterbt, bekommt ihr Reparaturkosten. Wenn ihr Foursets Rache habt, kommt einfach wieder hier hin und dann sprintet ihr hier einmal rüber. Ich habe jetzt Sicherheitshaber auch mal eben meine Rüstung ausgezogen. Dann wird der Skill angemacht und dann heißt es hier, möglichst schnell rüber und dann schafft ihr es auch ohne Problem. Und ihr seht, da wo ihr lang lauft, stürzt dann alles ein. Und danach könnt ihr dann auch wieder eure Rüstung anziehen. So, Rüstung wieder angezogen, heißt es nun, sich hier durch diese Geisterpiraten zu kämpfen und durch ein kleines Höhlenlabyrinth. Ich werde jetzt hier verzichten, euch all diese Kämpfe, die man hier bestreiten muss, zu zeigen. Es sind nicht wirklich viele, es warten unterwegs vielleicht 5, 6, maximal 7 Gegner, die es zu bekämpfen gilt. Und unterwegs seht ihr immer hier diese roten Kreise. Wenn ihr da rauslauft, kommen Stacheln aus dem Boden, also kleine Stachelfallen, die auch relativ viel Schaden machen. Die solltet ihr nicht unterschätzen. Und um hier den richtigen Weg zu finden, ist mein Trick, mein Tipp für euch, einfach immer an der linken Wand entlang. Dann sehen wir uns gleich am Ende wieder. So, ich habe mich jetzt hier einmal durchgekämpft. Wenn ihr richtig seid, seht ihr dann, wenn ihr von diesem Gang kommt, hier auf der linken Seite, ein Gang, der nach unten führt. Das ist der richtige, den müsst ihr also finden. Es gibt auch einige Gänge, die in Sackgassen führen oder die in kleinere Räume mit Piraten führen. Aber dieser Weg hier ist der richtige, hier nach unten in diese Grotte mit dem Piratenschiff. Alle Leute, die die Goonies kennen, wird das hier bekannt vorkommen. Soll vielleicht eine kleine Anspielung darauf sein. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, wie ich finde. Und dann geht es hier ins Wasser. Passt ihr auch im Wasser auf. Hier können auch unter Wasser Piraten sein, Geisterpiraten. Aber unser Weg führt uns hier nach links. Auch hier können wir im Prinzip an den Gegnern vorbeilaufen oder wir kämpfen uns einfach durch. Ich bevorzuge jetzt für dieses Video die Durchlaufmethode. Darum werde ich das jetzt hier eben machen. So, an allen Gegnern vorbei. Hier auf den Holzpfahl und schnell nach oben. Da wurde ich jetzt leider gefangen, aber die Gegner kommen sogar hinter mir. Aber egal, wenn ihr einfach weit genug weg rennt, werden sie irgendwann die Jagd nach euch abbrechen. Und dann hier an diesem Wasserfall geht es dann weiter. Und ihr seht, die Gegner haben schon aufgehört, mich zu attackieren. Und dann heißt es hier wieder auf den nächsten Holzpfahl. So, diesen Sprung hier am besten nicht verhauen, weil sonst sind wir wieder unten. Klappt aber eigentlich ganz leicht. Und dann kommt hier die letzte Hürde. Diese Sprünge sind gar nicht so leicht. Ich empfehle hier nicht direkt senkrecht zu diesen Holzpfählen zu springen, sondern etwas parallel. Dann sind die Sprünge ein kleines bisschen leichter. Aber die sind auch so eigentlich ganz gut schaffbar. Wenn ihr die Kamera so wie ich nach oben tut. Und dann ganz vorsichtig. Das erfordert wirklich etwas Feingefühl. Aber dann haben wir es hier auch so gut wie geschafft. Hier dann nur noch hier auf die Mitte springen. Hier drauf. Und dann können wir auf das Piratenschiff. Auch da sind wieder Gegner drauf. Auch hier werde ich einfach vorbei rennen. An diesen Gegnern. Sobald wir hier in der Mitte sind, bekommen wir schon das Achievement, dass wir es geschafft haben. Und wenn wir hier unten reinspringen, finden wir hier an seinem Tisch Captain Fawcett. Sowie die Belohnungstruhe. Und wir haben das Jumping Puzzle geschafft. Und sind damit durch. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich aus diesem Piratenschiff mit diesen Worten. Und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.